Michael Michael aufstehen Los Was Was denn Was denn Wir haben den ganzen Tag geschlafen, es ist schon wieder Nacht Scheiße, guck doch mal den Himmel an, Alter Das ist der Mond Der schaut so unrealistisch aus, Alter Äh, wo? Über uns Oh Das schaut so richtig Jaja, Junge ist der schnell Guck mal wie schnell der ist Ja Das ist eine PNG Das ist tot Hä, was war das jetzt? Bei mir jetzt gerade geleckt oder sowas Ich glaube wir haben aus den Pilze genommen Ist das Schroom Äh Oh, wir sind schon lange auf dieser Reise Ich glaube ich bin schon seit Tagen auf dieser Reise, ne Was ist so eigentlich das hier, die Steine so vor uns da Sehst du es auch? Ja, das sind Steine Ja, aber mauslich so Ich genieße den Duft des Wassers Wirst du fahren oder soll ich fahren? Ne, ne fahr ruhig Ich lege mich aufs Bett Oh, unter uns ist sowas ganz fettes Wow Oh mein Gott Ist eine Steinfeuerung Ich bin runtergefallen Möchtest du ein Dildo Ei haben? Ein Dildo Ei, Entschuldigung Ein Dildo Ei Tut es doch in die Kiste rein Da Alter, bei mir Hast du es jetzt genommen? Nein, du hast selber genommen das Feuer Oh Let's go Boah, Digga, jetzt kriege ich Oh mein Gott Geh, Junge Geh mal in der First Person auf das Ding und fahr Man kriegt Augenkrebs davon Ja, ne Ich kann nichts sehen Also, ich bin Holz voller Joe Sieh aus wie Safari Es ist auch Du Vollpfosten Bist du gerade ins Wasser gesprungen? Ja Ja, geil Dann fahr ich jetzt schnell weg Digga, ich kriege Augenkrebs hier Und Aids dazu, Digga Wenn ich meinen Arschloch dahin halt, kriege ich Aids, Alter Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Keine Ahnung Aufs Aufs Ach, halt im Ohr Okay, lass hier Lass hier abschwenken Guck mal, hier ist noch eins geletten, ne Okay, ich lass das putt, meine Lauf, 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 leuchtet das Schwert eigentlich Oh, geil, Alter Der leuchtet schon Wow, schon mal wie ein großes Skelett hier ist Ich bin das fett, Alter Ich bin so richtig fett, Alter Ey, vielleicht ist das ja eine Eingang zu ne Höhle, weil das Skelett zeigst du auf diese Wasserfall Komischerweise Ja, ja Aber ich würde, ja Ey, mit Schwert gegen Piranha Piranha sind voll einfach, ne Echt? Ja Oh my god Die jetzt wirklich Ja, ja Schwert ist Ich hab schon mal gesehen, wie hier ein Parasaurus reingegangen ist Schwert ist der beste, ne Schwert ist der beste Waffe, glaub ich Ah, ich werde angegriffen Du Wir haben alle getötet Ich hab keine Ausdauer, ich kann nicht auftauchen Scheiße Geh einfach weiter hoch Achso, ja Ich kann dir nicht auftauchen, ich hab keine Ausdauer Ich werde sterben Versuch, wir suchen, nein, nein, in Gerbe weiter höher Das wirst du schon schaffen Mika, ich bin tot Oh my god Nein Doch Ich kann nicht auftauchen Ich drück einfach die ganze X Ja, wie denn, wenn ich keine Ausdauer habe, voll Idiot Du bist auch so ein Depp, Alter Auf den Deckel, Alter Guck mal, Alter Du musst es anschauen Auf den Deckel, mein dich Ich hab grad Deck Ich kann euch mal hier, du Bastel Spau mal Was denn? Guck auf die Decke Das sind so Skeletten Bei mir ist hier gar nichts Ich seh gar nichts hier Decke Ach da, hinten Ähm Ich hieß noch eins I Dicker Bar Junge, kann man da rein oder so? Wo? Und da ist der Kopf davon Wo? Hä, wo bist du? Hier, wenn du hierher gehst, komm mal her Wo bist du? Guck mal her Da Oh, ich seh Oh, ich seh Ich seh, ich seh Das sind Meeresgeläten da kommen Vielleicht war das mal so ein Hm Ja, das ist schwer erklärbar, dass sie einfach so in den Boden sind Aber vielleicht, das hat, das sieht aus wie ein Mosas Haus Ja, ich weiß ja noch nicht Vielleicht war das ja mal mehr Ah, ja, doch schlecht Und dann wurden die verschüttet irgendwie von Steinen Aber so hoch war doch kein Meer, oder? Ach, wir sind ja in der Höhle Hm Ja Und das deckt man dir so Aber ich kenn die Vorgeschichte nicht Von der Höhle Von der Höhle Von der Höhle Das ist eine Fantasie lang Da muss er irgendwie entstanden sein, du Volk, fast Guck mal, guck mal her, guck mal, hier an, guck mal hier, hier unten, siehst du's? Schau mal, siehst du's? Süß ist Ha, das ist Wasser Sparta Hä? Bei mir stand ich grade nach oben und jetzt bin ich auf einmal im Wasser Ich muss das machen Von vorletzter Episode Hurensohn ist auch voll geil wie wir einfach so eine Höhle finden nur weil die Skelette hier so nach dieser Richtung zeigt so eine Wasserfall als wäre das jetzt Tag geworden wo wir sind während wir da drin waren wow wie lange waren wir da drin fünf Jahre boah und einmal muss ich in dieses Maul da reinlaufen das ist auf jeden Fall nicht ein Moser Saus nein das ist ein T-Rex das ist ein T-Rex aber ein sehr großer T-Rex ich glaube das ist kein T-Rex das ist eine Giganto Gigantosaurus nein das sieht man an der Form am Gesicht direkt das ist ein T-Rex vielleicht ein T-Rex mit Giga obwohl warte mal oh selten oh selten eine Blume will das kannst du wieder Koks machen also entweder ist es echt ein Moser Saurus da drin oder ein T-Rex also da drin nicht so an ich hab den Moser Shops jetzt getamed hä was ist das der ist hier oh nicht dein Ernst Moser Shops bist du behind oh wie hast du den getamed Digga ich hab seltene Blume getan und dann ist der einfach so meins geworden ey gib mir auch eine gib mir auch eine ja aber braucht der hier auch seltene Blume nein der braucht seltene Pilz zur Follung ok dann nehm ich den hier nein warte mal warte mal suchen wir noch eins suchen wir noch eins hier ist noch eine äh ups oh hier 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 ich habe die zweite Ich hab die zweite hä oh mein Gott ist das Ding mal voll viel Schaden der andere ist da jetzt geht doch rund halt die Fresse den hast du gerade gehört den beide habe ich gerade den ist meins du hast jetzt den ersten genommen kann es eigentlich mitreiden hier hinten drauf hatte gerade auf unsere boot geschissen ich steig mal ab junge schlägt voll das sehe ich auch eigentlich deswegen mir ich bin nicht mehr auf dem boot keine von denen sind jetzt auf dem boot richtig zu toll bei dir links folgen okay dann wenn wir das heute so hier ja auch so passiert nein das sind keine kisten da kriegst du nichts raus aber da kriegst du echt nichts raus doch man aber nur eine sache oh mein gott richtig viele pfeile du das noch mehr das sind keine sonnensherz was ab und gewusst ist aber es sind voll klein die kisten behalten ich habe ein schild für dich ich habe schon ein klang schon lange auf die sachen hier zu druck und du warte mal was kann der nicht steht doch immer dabei was die können oder ja 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 ich glaube schon aber man kann die level vorfahren anzeigen ich kann nicht mehr fahren du fährst ab jetzt mal ich 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 bin ohne dass sich den kapett davon ja nur die stinke erwartet die blickern hat auch schon wieder heute eigentlich doch das will ein bisschen mehr machen weil ich finde ich habe irgendwie das gefühl dass wir heute nicht so viel kann man auf der landkarte das siehst du doch das zwischen den heilen auf der rechte seite und hier auf der linken seite von landkarten da hat sich so richtig durchgehend zu den heilen dann einmal um den insel wenn es wenn es machen könnte wo ist die zweite alles dahin und er soll da das ist richtig ruhig heute die gewisse an brauchen wir bitte noch ich bin runtergefahren doch nur wunderschön in der untergefallen eine Runde felser wohl schießen ich bin runtergepackt ich schon mal ob ihr fahrreich ich stecke mir darauf schon mal ob wir noch wieder es gespawnt ist und ich glaube es kommt nie wieder ich glaube nicht es gehört nämlich zum abgläubig so wenn es um bis nächste episode sollen wir mal halt schon mal besprechen was wir in der nächste episode machen der nächste ja was können wir denn noch machen wir sollen uns ein bisschen eine absperrung bauen auch oder damit wir nicht von irgendwas angegriffen werden naja wir müssen für unsere dino was bauen aber ich glaube das mache ich schon offline aber ähm ja wir müssen für unsere dino für ein haus bauen und zumindest so eine tür und so wände und so für denen und ja dann nächste episode suchen äh themen wir was neues glaube ich das ist warum ein gott hol mich und mich um mich um mich um mich um mich nein 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 ich bin tot ich bin tot ich bin so tot ich bin so tot ich bin so tot ich bin so tot ich weiß du wie viele das sind vier von den mega loaders die mehr als nur vier das sind viel zu viel die können weil diese machte sind besonders dass sie alles formen können die können glaube ich sogar seltenen blumen so farbe und die können oh mein gott ich habe das ja richtig lang droh bekommen von diesem baum hier gerade eben mit diesem shop und ich habe diese voll lahm ja aber die die sind glaube ich ressourcen generatoren sowas aber die kann keine stein und so fahren aber Stroh so schon nicht ab 400 die zu machen oder fünf und so um meine ist schon voll leider hat an der seite zu starten oh ich habe meinen verloren dicker man ist tot von was michael ja wo ist meiner dann hatte ich noch was verfolgt ich finde ihn nicht mehr ist er bei dir zufällig nein der ist halt hinter dir halt ein bisschen weiter hinter dir dann oh nein es läuft schon wieder ich sehe deinen namen nicht mehr und so also hinter mir läuft er nicht so wenn sie jetzt bauen wir noch um für ankylosaurus und egal ich wollte nie töten wir bauen jetzt für ankylosaurus und tyrannodon noch den sattel ich finde immer noch dass unsere hausvoll geil aussieht ich würde warum kannst du die tür öffnen die gleiche treibt die ein Kilo brauchen wir zwei hundert sechzig Leder weil wir so viel noch haben ich habe noch sehr viel ich habe sehr viel die Lofen bei der Glocke nachher nicht aber jetzt und für Teranodom brauchen wir Kittin oder Keratin und Leder auch sehr viele Leder ich hab die und München hier kommen ich mach' das da ist wieder Müll ist scheißbrauch nach dem Basel Sattel hier ist die Sattel was soll ich damit du hast auch einen Anklis Anklis Aruz meine Stammel ich als meins dann ist Stachelbauch meine ist Stacheldraht und dein ist dick wow wie schnell sind die Alter wow guck das mal an die sind voll schnell ne geil oder ja wow guck das mal an also ja meiner ist viel schneller als deiner ja 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 ja